Hallo ihr Lieben, hier zu Grandeur Osmond 7 mit dem Mercedes-AMG GT3 16. Hier kurz die Einstellung. Ich habe hier ein bisschen was am Spurwinkel erhöht und dadurch, dass ich hier mit Intermediates fahre, konnte ich die Leistungsanpassung ein bisschen hochsetzen. Es geht heute zur Schwarzwald Liga an den Nürburgring. Eine Runde mit anschließendem Replay. Vermutlich mit Regen. Deswegen die Intermediates. Und ja, sieht auch nach Scheißwetter aus. Ich bin gespannt, wie ich mit dem hier durchkomme. Ich sehe jetzt ja immer so die Strecke. Ich würde auch gerne mal neben der Strecke landen. Warum, dass ich es relativ gut hinkriege. Soviel dazu. War nur ganz leicht daneben. Aber es regnet auch schön. Ich würde jetzt passeln. Also Oberflotte. Auf einen gravierenden Strecke nicht. Ich würde jetzt r scary farben werden. Schöne geschützt. Was auch schönes. Die schwimmen ja richtig. Die schwimmen ja richtig. Die schwimmen ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Sonne kommt raus Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020